Jo, Leute, was geht ab? Machen wir noch am Start mit einem neuen Video. Es kam jetzt längere Zeit kein Video, weil ich auf der Gamescom war. Also die ganze Woche, weil ich jetzt auf der Gamescom bin. Wer steht denn da hinten? Ja, komm doch rein. Frisch aus dem Urlaub, Leute. Hier, die Jerez-Shirt mit dem Start hat uns wieder Fails geschickt. Ich habe so viele Fails von euch bekommen. Ihr könnt gerne weitere Fails schicken. Unten ist der Link in der Beschreibung. MorenoFail.de Dann könnt ihr alle eure Fails schicken. Ob das Playstabbing-Fails sind, egal was. Und ja, Leute, wie gesagt, tut mir leid, das ist nicht so viele Videos waren diese Woche. Ich war auf der Gamescom. War auf jeden Fall chillig. Und ja, jetzt reagieren wir wieder auf eure Fails. Wenn ihr die Regeln noch nicht kennt, erkläre ich die mal ganz kurz. Ich habe 10 Fails ausgewählt. Die Jerez-Shirt kennt ihr noch nicht. Ich habe mir die zum Teil angeguckt. Und dann können wir Punkte von 0 bis 10 geben. Und der Gewinner von dieser Woche ist eine engeren Auswahl. Letztes Jahr war das Hamid, glaube ich. Und diese Woche gucken wir, wer es ist. Und dann reagiere ich noch nächste Woche auf ein Video. Auf eure Videos. Und dann, ja, wenn der Gewinner 20 Euro oder so gewinnt. Oder PaySafe-Karten, wie auch immer. Also Leute, es geht jetzt los. Und ich fliege nächste Woche im Urlaub. Schreibt mal unten in die Kommentare, wo es hingeht. Wenn ihr richtig ratet, kriegt ihr ein Herz von mir. Und Leute, um nichts mehr zu verpassen, folgt mir auf Instagram. Hier unten eingeblendet. Hier, 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 hier oder hier. Also checkt meinen Instagram-Account ab. Und ja, Leute, wir fangen jetzt an, die Fails anzugucken. Los geht's. So, das erste Video. Warte, du hast das noch nicht gesehen. Woppa, woppa. Parsi 2002. So, Leute, und schaut gerne eure Instagram-Name dazu. Da werdet ihr auch verlinkt. Das erste Video ist von Parsi 2002. Los geht's. Ist das ein Dreier? Ich glaube schon, ja. Ja, der springt schon. Eins, zwei. Ah, ha, 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 ha. Der Spani, der Spani, hau noch mal raus. Parsi hat den Rücken rot. Parsi hat den Rücken rot. Der war schon kratzt eigentlich. Eins, zwei, bam. Aber jetzt ist die Frage, Parsi, wolltest du ein Dreifachen oder wollte er nur ein Zweifachen machen? So, ne? Wie viel gibst du? Ich sag... Ich geb den... Ich geb sechs. Ich geb sieben. 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 Dann hast du einen Punkt. Hä? Welche sieben? 13 Punkte. 13 Punkte hast du. Du hast 13 Punkte, Parsi. Okay, weiter geht's. Insta-Laser. Boah, warte, der ist heftig. Den hab ich mir schon reingezogen. Du kennst den noch nicht. Der ist heftig. Der ist richtig heftig, Digga. Insta-Laser-Crisp. Respekt geht da nicht raus. Was macht der denn? Aaaaaaah! Entschuldigung. Skateboard oder was? Weiß, er weiß. Das ist heftig. Oh, der kann ja nicht aufgelenken. Was wollte der machen? Was? Der liegt einfach da. So, guck mal. Der tut mir vor... Oh, der hat der... K.O. Feier! Wie viel gibst du? Der schlägt. Der schlägt. Der schlägt nicht. Der schlägt nicht. Der schlägt nicht. Der schlägt nicht. Okay, ich geb dir auf jeden Fall. Weiß ich nicht. Ich sag sogar 8 Punkte. Ich geb dir... Der schlägt nicht mehr, Digga. Komm, der bleibt einfach liegen. Feier. Was will der machen? Was wollte der machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich guck noch einmal. Ich geb dir auch nicht von 8 Punkte. Ich geb dir 8 Punkte. Der war schnell. Guck mal, der bleibt einfach liegen. In seinem Kopf. Chris... Chris 007... Der kriegt 7 Punkte von mir. 8 und 7, 15 Punkte. Ich schätze... Das ist eine gute Punktzahl. Das ist auf jeden Fall schon eine gute Punktzahl. Jetzt kommt Jonas Bester. Warte. Boah, nicht hin. Stabiler Versuch. So... Immer diese Snapchatter hier. Ja, geht. Geht. Aber wie hieß es? Jonas, Jonas, glaub mir. Ich war letztens auch bei anderen an der Brücke. Lange her auf jeden Fall schon so ein paar Wochen. Und da ist mir das Gleiche passiert. Ich kenn das, aber du kriegst stabile 3 Punkte von mir. Ja, von mir sind das 2. Der war jetzt nicht so krass, aber Leute, ich nehm alle Felsrennen. Ihr könnt mir alle schicken. Ich wähl das immer so aus, dass ich von unten nach oben gehe. Also jeder von euch kann in den Videos drin sein. Also schickt uns eure Fails. Schreibt euren Instagram auf jeden Fall dazu. Dann seid ihr immer... Was hast du gesagt, wie viele Punkte hat der? Ich hab 3. 2. 2 hab ich gegeben. Ich hab 3 gegeben. Ja, 5 Punkte. Der war schon krass, aber der ist jetzt nicht so heftig. Ich sag mal, wenn der das vom Bogen gemacht hätte und dann passiert wäre, dann hättest du auf jeden Fall voll aus dem Bogen. Jetzt ermutigt euch nicht, das vom Bogen zu machen. Daher macht's auf jeden Fall nicht. Jonas, ich kenn das. Ich kann ihn auch nur aus dem Rennen so. Das ist heftig auf jeden Fall, Digga. Mach mal weiter, jetzt geht's weiter. Jetzt kommt Max 2005. Meier. Warte. Woppa. Ja. Boah, das darfst du noch nicht sehen, Digga. Der war schon so vorgespult. Puschen die ja? Ja, ich glaube aber nicht extra. Entweder sind deine Kollegen richtige Ratten und die machen das hier. Aber guck mal, wie viele sind da denn? 1, 2, 3, 3, 3 Leute. Cool, jetzt goe. Guck mal. Ja, aber ey, der geht auch so. Aber trotzdem, Digga. Props. Oder ist das ein 3er oder ein 5er? Ein 3er, glaube ich. Ein 3er. Ja, ich sag 5 Punkte. 5 Punkte, ich hätt auch 5 Punkte, Digga. Also ist links noch... Wer ist jetzt noch ein Führung? Laser, Digga. Instalese. Melvin, grüße gehen raus auf jeden Fall. Du hast uns alle gegrüßt, grüßt dich zurück auf jeden Fall. Grüße gehen raus an Melvin. Ich weiß noch nicht, was das war Melvin. Was war das? Ich glaube, er wollte hier... Ein Frontflip oder ein Sideflip? Ein Barani. Nein, nein. Ein Frontflip. Aber der klatscht auch schon nicht. Der klatscht gut. Wollen wir das einmal schauen? Der ist auch wohl schon hoch. Leute, ich kenne auf jeden Fall die Location, glaube ich. Ey, Melvin, schreibt mal bitte in die Kommentare, was sollte das für ein Trick werden. Wolltest du einen Frontflip machen? Wolltest du einen Sideflip machen? Ich weiß nicht, was du machen wolltest. Oder ein Barani. Ja, so stabile fünf Punkte. Fünf Punkte, ich gebe dir fünf Punkte. Ja, Melvin, ich gebe dir sechs, Digga. Sind wir bei elf. Ist okay. Aber wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was du machen wolltest. Ich weiß nicht, was du machen wolltest. Das war... Weiß ich nicht. Hier. Und jetzt von Puta Lassa Grey, Digga. Was sagst du ein krasser Name? Was sagst du denn da? Was sagst du denn da? Was sagst du denn da? Nein, mach keinen Scheiß, mach keinen Scheiß. Oh Gott. Jetzt, jetzt. Ich weiß auch nicht, was du hier gemacht hast. Aber gleich. Was macht ihr? Gleich komm, ich mach jetzt. Leute, check mal die Videos ab, wie wir geschwungen sind. Aber das ist schon ein Ansatz heute. Also der eine hat jetzt keinen Bock mehr, oder wie? Ich glaube schon. Ja, mit dem. Aber jetzt, du wirst du, was passiert. Hast du gecheckt? Hast du gecheckt? Nee, gar nicht. Hast du deine Badehose gerissen? Nein, der ist... Mit dem Arsch an drauf. Das tat auch schon übelst. Ich glaube, das tat nicht so weh. Doch, Digga, guck mal. Ja, ja. Aber war jetzt nicht so krass, ich hab's dringengelassen, Leute. Wie gesagt, ich lass alles drin. Kriegst auch stabil, die drei Punkte von mir. Von mir auch drei, dann bist du bei sechs. Aber war jetzt nicht so krass. Aber lustig, lustig. War lustig. Die Jungs haben auch so richtig krass scheiße gelabert, Digga. Ich wollte gerade sagen, die Jungs sind auf jeden Fall lustig. Jetzt kommt... Andro. Sandro. Sandro kommt als nächstes, Leute. Aber ich glaube, der war auch krass. Aber ich sag nichts. Los geht's, Sandro ist dran. Und wie gesagt, schreibt eure Instagram dazu, wenn ihr's wollt. Wenn nicht, dann schreibt, dass ihr das nicht wollt. Und yo, Leute. Oh, Nick Breaker, Digga, das war so übelig, Digga. Das sind nur mal die heftigsten Videos. Hat er sogar so ein Slumbo geklar gemacht, dann? Ja, gib dir die Gartenzüge rein. Ja, ja, hab ich gerade auch schon. Ja, ja, hab ich gerade auch schon gehört. Ah, das tut schon beim... Ah, Digga, das ist auch schon heftig. Du willst auch mal sowas ähnliches passiert. Von der Schaukel, aber dann war es drei Meter hoch. Ah, Digga, das ist richtig gefährlich, Mann. Ich kenne es nicht. Ich geb dir sechs Punkte. Ich geb dem auch sechs Punkte. Dann hat er zwölf. Zwölf Punkte. Also, Laser Chris ist immer noch... Laser Chris ist der krasseste... Und wie gesagt, ihr könnt alles einschicken, was ihr wollt. Egal, ob du Splash-Diving ist, Inliner-Farm. Laser Chris ist der Schicker auf jeden Fall. Ich kenne es nur noch mehr, es gibt eine Video-Farm. Warte, mach das jetzt längst. Das war so heftig. Okay, jetzt der Nächste. Warte, guck mal gleich. So, der Stani eben, schön mal. Warte, warte, warte. Okay, lass uns laufen. Der geht aber schon. Boah, Tim! Boah, Junge! Wie war das denn? Warte, wir gucken kurz vor, wie das ist. Von Simon.Ableger. Abligger. 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 Leute, aber... Und ich dachte gerade schon so, ey, was springt der denn die ganze Zeit so hoch rein? Der federt auf einmal. Der hat uns zu Kara versucht auf jeden Fall. Guck mal, auf einmal. Jetzt ist der richtig hoch schon. Aber ich glaube, das klatscht doch jetzt. Ich glaube, das klatscht doch jetzt. Zwei. Das ist... Warani weg ist das, Digga. Das sind zu Kara. Ja, keine Ahnung, Leute. Ich bin da nicht so der... Also, ich glaube, das sind zu Kara. Ich habe auch keinen Plan. Oh, geht schon weiter. Aber auf jeden Fall, der war schon heftig. Der war echt gut, Digga. Der war schon echt heftig. Aber ich weiß nicht, ob der krasser ist als Laser, aber Laser... 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 Das ist einfach so. Wie viel hat Laser Chris? 15, ne? 15 Punkte. Also, der war auch schon heftig. Der war schon heftig geklatscht. Aber es ist einfach auch so... So. Ich gebe den... Ich gebe den 7. Ich gebe dem auch 7. Bist du bei 14 Punkt? Ich schätze mal, dass es auch fair. Aber wer Laser Chris nicht da echt so... Nee, bis jetzt. Aber wer den verletzt dich, Digga. Laser Chris, Jürgen. Und weiter geht's. Calvin HD. Fertig. Fertig. Boah, das ist schon hoch, Alter. Ja. 1. Ja, aber der ging. Der ging. Der war jetzt nicht so... Leute, da war jetzt nicht so... Der, weißt du? Was sagt dir da? Sag dir da noch jemand was? Calvin HD. Überdreht. Ja, aber der war... Leute, der war aber auch noch so... Halb... Halb... Das ist mir letztens auch passiert beim Auerbach. Ich habe mich übelst überdreht. Beim Auerbach haben wir, Digga. Das war... Aber ich meine, Backlip... Leute, ihr müsst wissen, Backlip geht eigentlich immer. Überall. Ja, eigentlich schon. Aber wenn du dich überdrehst, das... Dann hast du... Ich gebe dem auch 7 Punkte. Dann hat der auch 14. Ins... Ins... Nein, nein. Ins... 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 Einfach dann noch eine Zeitlupe. Aber guck mal. Ja, ich hätte es aber eher gedacht, als ihr das Video... Der hätte überdreht. So, und dann halt es dann irgendwie vorne. Wo war er? Steißwein tut immer weh. Immer tut Steißwein. Das ist übelst du. Ich gebe dir... Hör mal, hör mal, hör mal. Warte. Jetzt ja. Warte. Ja, warte. Ich gebe dir... 6, 6 Punkte. Ich gebe dir... Ich gebe dir 5 Punkte. Okay, Leute. Der Gewinner... Der Gewinner steht fest. Wir machen den... Leute, dann machen wir auch einmal an. Der ist ein Chris. Der war schon echt heftig, Digga. Aber jetzt nicht nur mal der Sowjeta. Der kam einfach so stumpf. Der kam einfach in die Kamera rein. Was ist das? Laser Chris, du hast... Laser Chris aus der Kassel. Der ist so. Der ist so. Oh, Leute. Leute. Leute, Laser Chris hat für diese Woche gewonnen. Nächste Woche kommt schon für diesen Monat. Für diesen Monat das letzte Video. Und dann könnt ihr entscheiden, wer gewonnen hat. Also bis jetzt ist mein Favorit... Laser Chris. Alter. Big Applaus. Gib komm. Geben Applaus. An Laser Chris. Digga. Schöne Grüße gehen raus. Du hast mir auf jeden Fall den Tag heute versüßt. Mach das nicht doch mal. Ich weiß bis jetzt immer noch nicht, was du vorhattest. Ich weiß es auch. Schreib das mal gerne unten in die Kommentare. Also Laser Chris, wenn du das siehst, bitte schreib. Rush. Ich wollte das und das und das machen. Aber, also wirklich, ich habe keine Ahnung. Aber egal, du hast gewonnen, verdiene ich gewonnen. Laser Chris, 007. Ich würde sagen, wir sind raus, oder? Ja, ich... Leute, checkt, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wohin fliege ich. Ihr kriegt direkt ein Herz. Und folgt uns auf Instagram. Davor passt ihr gar nichts. Ich poste da jeden Tag irgendeine Rotze. Also folgt mir auf Instagram. So, Freunde, das war es mit dem Video. Bis nächster Woche. Haut rein, piesen. Wie Laser? Geil, Junge.